Peace Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich sollte das Video an Samstag rauskommen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass das Video einfach jetzt erst online ist. Gestern war Halloween, also passt es auch irgendwie noch trotzdem. Und ja, ich war beim Zirkus des Horrors und ich wollte euch einfach ein bisschen dabei mitnehmen. Ich muss leider sagen, ich kann euch dieses Mal nicht so viel zeigen wie bei meinen sonstigen Vlogs, weil es war diesmal sehr freizügig und sehr brutal. Deswegen YouTube, ich kann es halt nicht alles zeigen. Deswegen zeige ich euch einfach kleine Ausschnitte und erzähle sehr viel dazu. Und ja, dann legen wir mal los. Und so sah übrigens das Zelt aus und das Thema war Höllenfeuer. Dementsprechend ging es da so um Dämonen oder Teufel und einen so einen Engel. Und die wollten halt die ganze Zeit etwas von ihr haben. Aber ich will jetzt auch nicht viel zu viel spoilern. Das ist auf jeden Fall der Engel, der dann auch so eine Seilshow gemacht hat. Die Story fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Hier ist auch der Teufelsanführer da und es war auf jeden Fall immer sehr viel Spannung dabei. Es hat auch sehr viel gepasst. Hier ist auch ein Akrobat. Der hat auch echt coole Tricks gemacht. Hinterher auch nochmal auf einer Wippe. Das zeige ich jetzt gleich auch. Da. Genau. Ich hatte auf jeden Fall immer Sorge, dass sie den nicht fangen. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Show. Bei der nächsten Aufnahme bzw. allgemein möchte ich warm nichts nachzumachen. Ich bin echt froh, dass das nicht so scharf gestellt hat, weil er nämlich sich mit Nadeln durch den Körper gegangen ist. Also auf keinen Fall nachmachen. Deswegen, das ist einfach viel zu gefährlich. Ich mache das einfach nicht nach. Hier war auf jeden Fall dann noch so ein Jongleur. Der hat hinterher noch mit viel mehr Sachen jongliert. Und dieser Clown, der hat einfach so witzige Sachen die ganze Zeit gemacht. Aber auch sehr perverse Sachen. Hierzu brauche ich ja nichts sagen. Jeder weiß, was jeder macht. Und bei diesem Rat, ich fand das echt interessant, richtig cool. Das haben sie irgendwie fast jedes Jahr beim Zirkus des Horrors. Jedoch habe ich jedes Mal Angst, dass da jemand runterfällt. Weil man sieht hier gleich eine Szene, wo der fast runterfällt. Also echt interessant und Respekt davor. Dann waren hier so Tänzerinnen. Die haben aber nicht nur die ganze Zeit so rumgetanzt, sondern die haben auch die Stühle dann immer wieder dieser Person angegeben, die sich hinterher so da auf die Stühle begeben hat. Das sieht man hier. Der hat auch richtig stark manchmal gewackelt. Also das sieht man auf der Kamera nicht. Aber das war auf jeden Fall ziemlich gruselig. Ich hatte immer Sorge, dass er runterfällt. Der hat einfach so eine Show in seinen Reifen gemacht. Und die fand ich persönlich am besten. Also die haben mir am meisten gefallen. Die war immer so nah mit ihrem Kopf am Boden. Also ich hatte echt immer Sorge bei irgendwem da, dass da irgendwas schief geht. Das stellt leider nicht so scharf, aber auf jeden Fall auch wieder so eine Seiltänzerin. Oder wie auch immer man die Leute nennt. Und Motorräder waren auch da. Und die Show natürlich war auch immer im Vordergrund. Also da geht es wieder weiter um den Engel und das, was die von dem Engel haben wollten. Es war auch noch sehr viel Feuershow im Allgemeinen dabei. Also die haben da nochmal mit Feuer was gemacht. Also auf jeden Fall nicht mit Feuerspielen, Leute. Macht das auf jeden Fall nicht nach. Dann waren hier auch noch Feuerspucker. Fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Also im Allgemeinen würde ich euch die Show sehr empfehlen. Ich gehe jedes Jahr dahin. Jedes Jahr ist ein neues Thema. Das ist der Bereich vor der Show quasi. Und finde ich auch immer sehr schön dekoriert. Es gibt auch Popcorn und alles da zu kaufen. Und das war abends dann draußen. Dann bei dem Eingang, den ihr gerade gesehen habt. Da wurde man am Anfang auf jeden Fall auch erschreckt. Das war wie so ein Labyrinth. Also eigentlich war immer nur geradeaus, rechts, geradeaus, rechts oder so. Aber da wurde man auf jeden Fall auch erschreckt. Dann im Allgemeinen. Die Show ist interessant. Und wie gesagt, ich gehe auch jedes Jahr dahin. Denn es ist einfach immer wieder was Neues, immer wieder was Interessantes. Und auch wenn sich Sachen verdoppeln, so wie dieses Rad, was ich erwähnt habe, dann ist es aber trotzdem was anderes. Also sie zeigen zwar wieder das Rad, aber das, was sie darauf machen, ist nicht immer das Gleiche. Und allgemein, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also es ist nichts für schwache Nerven. Aber wenn ihr euch das traut und euch das gerne ansehen wollt, dann los, Leute. Geht da auf jeden Fall hin. Ich bin jetzt aber auch nicht von denen gesponsert worden und soll euch dazu animieren. Es ist einfach nur meine eigene Empfehlung für euch. Und ich empfehle euch aber, wenn ihr nicht mit in die Show reingezogen werden wollt, setzt euch am besten irgendwie weiter nach hinten hin. Weil die ersten paar Reihen, die werden manchmal auch mit auf die Bühne genommen. Also bei der Show mit den Clown auf jeden Fall. Ich habe jetzt leider eine Szene bemerkt, die habe ich vergessen aufzunehmen. Da hat er sich so als Amor verkleidet. Und hat dann auch zwei Leute, also eigentlich insgesamt vier, aber erst immer zwei, dann die nächsten zwei mit auf die Bühne genommen. Und hat da auch eine riesen Show gemacht. Und es war auf jeden Fall richtig witzig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Aktiviert die Glocke, abonniert mich und kommentiert etwas. Und sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!